So, Frau der Van Hardenbeck, als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Ich lasse schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schreckliches... Es tut mir total leid, Thomas. Es ist einfach... Mir wird das gerade erst so klar. Es ist scheiße von mir, ich weiß. Ich kann nicht nach München jetzt gehen. Da passiert nichts. Da hat vor der Karriere her nichts passiert in den letzten zwei Jahren. Weil du einfach eine schlechte Schauspielerin bist. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Doch, ich höre dir zu. Du erzählst nur zu wenig. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Aber hier zieh dich doch immer vor. Du hörst mir einfach dass. Dann hörst mirям Fucking bitch. Du hörst mir auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020